Hallo Gampel, hier ist Marc Forster und das ist mein iPad. Gefällt es dir in der Schweiz? Ich weiß, die richtige Antwort wäre ja, aber es ist nee. Ich mag gerne irgendwie, wenn ich abends wieder nach Hause kann. Was wird überbewertet, was wird unterbewertet? Überbewertet wird auf jeden Fall Bildung, Schweizerdeutsch und Bauchmuskelschmerzen. Und unterbewertet, reich und berühmt sein, aber auch geraff. Kannst du etwas auf Schweizerdeutsch sagen? Äh, ein Mikrofon? Zu welchem Song geht Marc Forster privat ab? Ich höre unfassbar gerne... Die Diebe Von den Beatles Was ist dein Must-Have bei Auftritten? Gnus, Giraffe und dauerhaft den ganzen Tag Raclette Was nervt dich an deinen Fans? Die schenken mir zu wenig, das ist für mich sehr anstrengend. Zum Abschluss erzähl uns einen schlechten Witz. Marc Forster